Herzlich Willkommen zu einem kleinen Tutorial bzw. Infovideo. Viele von euch wissen ja, ich habe einen Minecraft Server im Aufbau, hier mit meinem Netzwerk, CCSW Network, dürftet ihr hier sehen. Und ich dachte mir, weil ich habe schon öfters Beta-Keys hergegeben gehabt und das Problem war immer, dass dann die Leute den nicht einlösen konnten und dann musste ich das immer für die machen. Ja, und deswegen werde ich euch das jetzt in diesem Video mal ganz kurz erklären. Mit im Channel hockt natürlich wieder der BodaProTV aka Charlie. Krezi. Der natürlich wieder versucht mich in einer virtuellen Spedition einzuholen. Ähm, ja und wie schon gesagt, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache euch jetzt mal ein kleines Infovideo, wo ich euch mal kurz erkläre, wie das jetzt genau funktioniert. Weil viele machen nämlich den Fehler, die wollen wir dann direkt in Key einlösen hier auf unserer Homepage. Und das geht nicht, weil der Server ja den Namen noch nicht hat. Deswegen, macht es einfach so, wie es ich euch jetzt im Endeffekt vormache. Wenn ihr den Beta-Key erhalten habt, dann öffnet ihr als erstes euer Minecraft, wo ihr natürlich einen Zugang braucht. Moment, ihr habt kurz Blackscreen, weil ich kurz drüber switchen muss. So, jetzt habt ihr wieder Minecraft. So, hier auf dem Server mc.cc-sw.de, dort geht ihr hier drauf, und da steht dann auch schon dort ein Close Beta, bla bla bla. Und ihr müsst einen Joint-Versuch machen. Also ihr müsst einmal hier auf Joining klicken. Wenn ich das jetzt mache, bin ich auf dem Server drauf, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und dann kriegt ihr nämlich auch die Meldung, dass ihr ein Beta-Key braucht. Und drückt ihr auf OK. Und das ist im Endeffekt dann schon die halbe Miete. Weswegen es auch bei vielen noch nicht geklappt hat. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr in euren Browser. Jetzt switche ich hier wieder um. Ja, jetzt lässt ihr mich wieder nicht auf den Browser, machen wir es auch so rum. Und ja, dann geht ihr hier auf, wenn ihr auf der Webseite seid, cc-sw.de, dann geht hier einfach auf unsere Server, und dann geht ihr runter auf Minecraft und klickt einfach einmal auf Minecraft drauf. Dann kommt hier diese Seite, dann geht ihr hier auf Key einlösen, klickt hier auf den Link, dann werdet ihr automatisch zu unserer Einlösseite hier weitergeleitet. Und dann könnt ihr nämlich ganz unten, gebt ihr hier euren Spielernamen ein und hier den Beta-Key, den ihr erhalten habt. Und klickt dann auf Freischalten. Und wenn ihr das richtig gemacht habt und vorher wirklich auf dem Server gejoint seid, müsst ihr in grün dort stehen, dass du, äh, du hast jetzt Zugriff zum Beta-Zugang oder irgendwie sowas in der Art. Das war das, auf jeden Fall. Und, ähm, ich hoffe, dass das jetzt soweit, ähm, ihr auch hinbekommt, dass das jetzt auch klappt. Ihr braucht auf jeden Fall aber einen, kein G-Correctus-Minecraft, sondern definitiv gekauften Minecraft-Account, weil es ihr keinen besitzt. Ich habe Connections, ich kann notfalls auch einen, äh, verkaufen, günstig, für 10 Euro. Ähm, und, ja, dann hoffen wir mal, dass ihr in Zukunft hier draufkommt, dass das funktioniert. Und dass ich euch da mal auf jeden Fall weiterhelfen konnte. Diesen Link, äh, dieses Video werde ich natürlich dann auch, äh, an die ganzen anderen Kollegen von CCSW weitergeben, dass wir dann einfach den Link auch teilen können, um dass dann, ähm, die, äh, Einlösphase des Kies, äh, nicht mehr so kompliziert ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, dass ich euch einfach mal ganz, äh, kurze Aufklärung hier gemacht habe. Und, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.